Ja gut, die Vorfreude ist wirklich riesig. Ich muss sagen, so vor Heimkugeln anzutreten mit so vielen Leuten ist schon ganz etwas Spezielles. Wir haben fast nur Schweizer im Stadion. Das ist etwas, das ich natürlich auch nicht viel erfahre, wie auch das der nicht, wie Marc oder Michi oder Seben auch nicht haben. Das ist einfach etwas, das gigantisch ist für uns. Und darum ist die Lust, sehr gross und gut zu spielen. Der erste ist der erste Match für mich jetzt zu gewinnen. Ich werde etwas drücken. Ich entlastet das Ganze. Aber ich werde auf jeden Fall alles geben. Auf das Publikum wird ein Hit rumgestochen und uns nach vorne peitschen. Ich werde auch die Italiener so nervös machen. Und es wäre natürlich wichtig, wenn man in eine positive Bewegung hinein starten, Minimum eben eins und eins, eventuell zweimal. Ich weiss es nicht. Aber auf jeden Fall sind wir gut vorbereitet. Und ich glaube, das Publikum ist eine euphorie spürbar. Ich habe schon mit dem ganzen Training gestern, die öffentlich gesehen waren, wo über 3000 Leute gekommen sind. Das war sehr speziell. Aber wir spüren schon, dass das Publikum da ist. Und wir wollen, dass wir gut spielen. Und das ist schon etwas sehr, sehr Schönes. Was wir nicht spüren als Sport, wo wir spielen.